ja hi und willkommen mein name ist dann die röpi und ich begrüße euch zurück zuletzt bei final fans die 16 nicht der gab mit jill und torgall kann springen ich stelle mit jill und torgall und warte hier ist wir haben unsere klamotten irgendwann mal geändert ich kann schwören ja oder hat er schon immer die klamotten ja ich kann schwören ja ja wir sind hier auf der suche nach marfa für die wir hier warum sind wir noch mal hier ich vergesse ich spiele das spiel jeden tag es ist noch kein tag vergangenen ich nicht mindestens ein paar gespielt habe ich glaube ich glaube ich habe nur am aller am ersten tag habe ich direkt zwei parts aufgenommen sonst habe ich jeden tag ein paar aufgenommen und ich bin immer so vollkommen aus dem bild immer was wir machen und so ne wir müssen mal verfinden weil keine ahnung ich kann ja auch die immer drücken ausschlag nicht mehr macht live ross fehlt die sehr tätige soldat wer ist überhaupt sie was du mit zum kleid kinder als meine kinder zwölf denn genau hat man ja alles also als information die war eigentlich hier schon wussten da gehen wir mal da rein ohne ladebildschirm was geht freundlich nicht freundlich naja ich soll mich jetzt dings ausgeben bist du die wirtin dieser schenkel erst antwortest du mir warum hast du einen kaiserlichen träger im schlepptau zu meinem schutz den ich hoffentlich nicht brauche gibt es eine sichere route in den westen und wenn er verschleppt wird sieht es für dich nicht besser aus dann brauchen wir erst recht eine sichere route sagt er du könntest uns helfen folgt mehr folgt mehr Wo wollt ihr denn hin? Zum Phönix-Tor. Wir hoffen, dort Antworten zu finden. Wenn das so ist... Da, vielleicht Fenster. Auf der Straße nach Eastpool würdet ihr am wenigsten Soldaten begegnen. Jedenfalls, wenn die Brücke passierbar wäre. Es ist wirklich ärgerlich. Wir warten dringend auf neue Waren. Ich hab unseren Schreiner schon gebeten, sie zu reparieren. Aber er wollte was anderes erledigen und kommt einfach nicht zurück. Vielleicht ist er tot. Du bist etwas zugestoßen? Ich rede mir ein, dass er nur trödelt. Alles andere will ich mir gar nicht ausmalen. Wir finden ihn. Und bringen ihn sicher zurück. Wir brauchen die Brücke ja auch. Wir bringen all seine Einzelteile zurück. Keine Sorge. Ich weiß schon, warum Sid so viel von dir hält. Vielen Dank, ich zähle auf euch. Weißt du, wo der Schreiner sein könnte? Ja. Er ist runter ins Sumpfland. Eine andere Brücke warten. Die am gefallenen Tor. Ich weiß, wir sind ja schon mal runtergegangen, ne? Wir sind schon immer gefährlich. Jetzt erst recht. Nehmt die Leiter neben dem Tor. Die führt direkt runter. Schneller geht's kaum. Sein Name ist Bernard. Einfach aus, dass Martha euch schickt. Und wir ihn an der Brücke nach Ries. Habe ich einen neuen Weg gefunden, den noch niemand entdeckt hatte. Auftrag verfolgen. Okay, da ist die Hauptqueste. Was hat sich Bernard dabei gedacht, allein ins Sumpfland zu gehen? Ich will gar nicht dran denken, was ihm da alles aufholen könnte. Die Leiter am Tor ist der schnellste Weg runter. Hoffentlich kommt er noch rechtzeitig. Okay. Und dann zum Plan suchen wir die Leiter. Okay. Nein, ich kann nicht so hoch springen. Ich bin eine freundliche kleine Elfe. Ich habe was da. Folgende Personen holen sich in diesem Haus einen kräftigen A. Einen kräftigen A-Tritt. Schieber, Schummler, Schwindler, Spitzhuben, Sträuche, Schufte, Schurken. Und charmante Leute. Nee, warte, das steht. Fängt nicht mehr an. Niemals. It's Rob. Na Gott, wir haben sie versucht, die Zerkraut zu machen. Okay, erwarte mal, es sind irgendwie zwei verschiedene Sachen, die ich jetzt hier habe. Hey, da war ich da schon. Und da sind wir auch gekommen. Okay. Ich glaube, wir gehen ein neues Gebiet. Lass einfach alle stehen neben dem Tor. Dann muss das die Leiter sein. Hier gehen wir den Leiter unter. Ich wollte eigentlich runterspringen. Meine Zeit ist ja schnell. Das ist der Bade. Ich dachte, ich war dann jetzt. Ich dachte, ich habe so geschrieben. Ah, der hat ja eigentlich bei letzten paar Meter. Da kaum mehr irgendwie. Ich dachte, ich habe noch wen ich habe, ich war mitten in meinen Angriff. Aber die Gegner sind alle bis 90 Jahre. Aber hier sind gerade irgendwie neu. Naja, stimmt, ich habe dir eine Attacke gespart. Die ganze Zeit vielleicht am Sparen für diesen Phönix-Angriff, wenn man teilen können. Na, da wollte ich. Majestätisch. Cool. Alter, da war ich da echt nicht weit geschaut. Ihr habt mich gerettet. Aber nicht doch. Du bist doch Bernard, der Schreiner, oder? Das bin ich. Ist mein Name denn etwas schon in aller Munde? Martha hat uns geschickt. Sie hat sich Sorgen um dich gemacht. Oh, was für ein Glück. Ich war gerade mit den Pfeilern durch, dreh mich um und diese blubbernden Scherenmonster wollen, wollen mich fressen. Wenn ihr nicht aufgetaucht wird, dann wäre ich, dann wäre ich jetzt Vergangenheit. Jetzt bist du in Sicherheit. Ja, ich sollte zurück und mich bei Martha bedanken. Augenblick, ich soll dir auch ausrichten, dass du die Brücke nach Eastpool so bald wie möglich reparieren sollst. Ach ja, das hatte ich ihr versprochen und dann völlig vergessen. Wird erledigt, sofort. Oh Gott, ist fünf Meter von der Stadt entfernt gewesen, beinahe gestorben. Na, mal los. Ich muss eigentlich nur die Streben und Planken ersetzen. Die Brücke wird zu Ende gebaut und das Intro von Firefancy 1 wird abgespielt. Wir hatten nämlich vor, nach dem ersten Teil nämlich ab. Ich muss erst in der Dungeon eingehen, dann habe ich eine Brücke repariert und dann kam das. Ich verdanke euch mein Leben. Das ist die ikonische Intro, wo die vier Helden des Lichts über diese Klippe hier standen. Das schloss angeschaut haben in der Ferne. Ich bin schon ewig. Nicht so lange wie Martha, aber lang genug. Ich spüre mal in die Hände. Sag Martha, dass ich noch lebe. Und die Brücke bald repariert ist. Cool. Ja, das ist immer so voll mit positiven Emotionen und Energie. Ich verspreche euch, die Brücke wird. Aber ich hätte schon gestern in Eastpool sein sollen. Die Brücke wird repariert. Sehr gut. Ich freue mich, mein Ast ab. Ja, wieder da. Ja, mit meinem Geld. Das hatte ich nicht so oft. Ich brauche eigentlich. Wir sind zurück. Und Bernard? Habt ihr ihn gefunden? Haben wir. Er lebt. Und er arbeitet auch schon an der Brücke nach Eastpool. Ach, da bin ich aber wirklich erleichtert. Er war tatsächlich in Gefahr. Gut, dass du uns zu ihm geschickt hattest. Die Fäule ist schuld. Sie treibt all die ausgehungerten Kreaturen aus dem Norden zu uns. Alleine kann Bernhard nicht mehr daraus. Ich muss ihm Geleitschutz besorgen. So wollte ich direkt vor der Stadt. Mit Geld kann ich mich nicht revanchieren. Aber ruht euch doch hier aus, bis die Brücke fertig ist. Das tun wir gern. Mit Geld kann sie sich nicht revanchieren, sagt sie mir jetzt mehr 1100 Geld. Wann ist die Kaiserlich? Haben Sie sie weggebracht? Das haben sie. Entweder zur Armee oder nach Oriflam. An Drachenkopf wird nicht mehr genug Kristall abgebaut, um den Bedarf zu decken. Und das müssen die Träger ausgleichen. Die Zeiten, in denen wir selbst hier draußen immer genug Splitter zum Leben hatten, sind vorbei. Noch dazu ist Ihnen jeder Vorwand recht, um unsere Träger zu machen. Ja, wir machen ja alles mehr Magie hinweg zu bringen. Ich habe schon lange befürchtet, dass ein Dreck-Träger wie Dreck behandelt, aber jetzt weiß ich es mit Gewissheit. Und wie groß er schon geworden ist. Er war ein Träger. Neun Monate wuchs der Junge in mir heran. Stellt euch das mal vor. Ach, du armes Ding. Hast du in den Vorstehern übergeben? Sie haben ihn gleich da behalten, weißt du? Aber das war mir nur recht. Als ich die Wahrheit erfahren habe, da wollte ich ihn keinen Moment länger bei mir haben. Jetzt kannst du ja aufatmen. Zum Glück ist nichts passiert. Er hat nur gelogen, getrunken und alles geklaut. Das war doch mein Bruder, oder? Er war ein Verbrecher. Aber du bekommst bald einen, das hat einen Nulljahren. Na gut. Unfassbar, oder nicht? Schon zu Lord Elwins Zeiten hat man auf Träger herabgeblickt. Doch sie waren noch Menschen wie wir. Jetzt tun selbst die Bettler so, als wären sie kaum mehr als Tiere. Die funktionierten das dann. Die haben sich den angeguckt, haben den Dreck zum Träger gemacht. Mal auf den seine Backe gepackt. Wenn ihr nichts trinkt, könntet ihr das hier zum Kloster bringen? Ein dunkles Grauen plagt diese Welt. Ihr solltet es selbst sehen. Ja, was hat eigentlich damit Aussicht, ne? Ich dachte, irgendwie wäre so ein Traubthema hier im Spiel. Was ist das Kloster? Meinst du denn? Die dunkle Brut nähert sich. Es liegt am Rande der Trauerbucht. Der Abdoch ist auf der Serie. Er gab es ja auch so, was ihr sehen müsst. Genau, das ist irgendwie auch für gesagt, als ich alle im Montag verwandeln. Der Hauptlösewicht hier uns verraten, ne? Nur oder weniger. Also der hat es ja als Hauptlösewicht gepumpt. Das war gute, ehrliche Arbeit. Wir sollten langsam auf. Und dann ist er irgendwie zurückgegangen. Das war ja auch so ein Thema, ne? So, ich bin jemanden, ja, ich muss jetzt sagen, ne? Ja, jetzt gehen wir da, ne? Ich glaube, da war ein Shop hier nochmal schon abgecheckt, ne? Immer schön auf den Fisch richten, ja? So bleibt der lange frisch. Eine Scheu, dreht ihr ruhig näher. Nacken, Schulter, Rippchen, alles frisch. Wer macht sie an, alles? Eure Nacken, eure Schultern und eure Rippchen. Ja, und weiter geht's. Ich wusste, dass man Kinder testet. Das Träger, ein anderes Schicksal erwartet. Aber du wusstest nicht, was das wirklich heißt. Ich auch nicht. Sein eigenes Kind. So zu verabscheuen. Ja, da war bestimmt ein Drecks. Behütet im Schloss war uns das alles nicht bewusst, oder? Nein. Ja, ich habe mal gucken. Und zwar, nein. Die Tatsache, dass wir nicht Jill abchecken können, ihr im Menü. Ja, ja. Immer noch ein bisschen. Macht mir irgendwie Angst, dass sie irgendwann stirbt. Weil, wie gesagt, der Schoko-Burst da hinten ist im Schoko-Burst. Das macht mir so ein bisschen Angst, hat ihr irgendwas zu gestoßen, ne? Jetzt sehe ich mich sicher, wenn ich irgendwas zu gestoßen, einfach nur. Aber ja, wahrscheinlich auch irgendwann Schieber bekommen, ne? Macht von Schieber, ne? Und da sie ja Schieber ist, heißt halt, sie muss irgendwie auf dem Weg, Außer sie gibt uns irgendwie, wie es war. Und ich denke, ich sehe, Benedikt da, wo sie hatte, sie haben sich ihre S-Bahn gegeben. Also man kann ja anscheinend noch leben, wenn man seine S-Bahn verliert. Naja, man kann ja irgendwie noch überleben. Da wäre ich eine gute Frage auf, warum konnte sie sich überhaupt in Garuda verwandeln, nachdem wir irgendwie rausgerissen haben. Ich nehme jetzt einfach mal an, wir haben sie nicht exakt komplett rausgerissen. Und sie konnte sich einfach irgendwie nicht verwandeln, weil halt, weil sie halt, keine Ahnung, kaputt war, nach dem Kampf mit uns, ne? Das habe ich mir halt irgendwie vorgestellt. Aber wäre sowieso irgendwie komisch gewesen, wenn wir irgendwie Garuda bekommen hätten, ohne irgendwie irgendwie Garuda zu bekämpfen oder so. Ne? Ne? Weil... Steht da? Mega Krabbe, Mega Krabbe. Da wäre ein bisschen langweilig gekommen, wenn wir irgendwie eine feindliche Beschwörungen bekommen hätten, die auf der Gegnerseite waren, ohne irgendwie, weil ich die so gesehen zu haben. Wenn wir die ja absorbiert hätten, dann hätten wir ja nie gesehen. Wir haben die absorbiert. Das hat irgendwie mehr oder weniger jede Hoffnung zerstört, wie jemand sehen würde. Und dann ist das irgendwie passiert. Na, keine Ahnung. So, ich wäre es diese eine Fähigkeit. Lebensflamme. Aber diese Fähigkeit nur zu lernen, kostet schon eine Menge. So, da muss ich die ausrüsten. Gute Frage, ne? Tum mal den einen dahin. Ne? Feuerschwall. Und da tut mir ich hier. Ich nehme an, das dauert. Eine ganze Weile bis wir einsetzen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einen irgendwie voll heilt oder irgendwie zu verpowered. Oh, Adamantai Mai. Mein Gott, bist du winzig im Vergleich zu anderen Spielen. Da war ja irgendwie der Superboss hier in Final Fantasy 15. Der Adamantai Mai. Ne, Adamantai Mai. Ne, Adamantai Mai. Oder Adam Teuss. Vier, ich war so groß wie ein ganzer Berg. Was? Kann das nicht sein. ich habe da kabel immer komplett drin nachdem ich irgendwie fertig mit dem zocken bin da kann er will ich sein wenn es flamme ich tut ob eine regenerierbare hp durch hier doch heilen da habe ich schon eingesetzt gerade habe ich auch noch eine ganze zeit zu wechseln aber da hat er ja ich war da eigentlich hat er ewig bis da wieder fertig eingesammelt ja ja eingefangen zurückgeworfen aber ich mache ja kein schaden da mit einem panzer wachsam kannst du es wagen wie kannst du es wagen aber selber noch nie da haben wir noch 20 erfahrungsunternehmen wir sind ja mini boss gibt's nicht nur eine truhe oder so aber die aufleiterade für den ein bisschen heft schnell okay Oh kva fine kva Come here come in come here come here come back come here come here come here okay not come here man kann ja irgendwie glaube ich kann wieder verlernen wenn ich mich immer nicht sicher weil sie auch mal lang alle punkte zurückbekommt oder so weil ich vielleicht mal entschuldigung werde ich vielleicht mal auf screen zu ausprobieren ich hoffe auf richtigen weg ja ne war schon wieder mein leben ist du wiener mein bist du dickmann nein da wurde sie voll weg gepfegte da wollte ich mir nicht machen damit zurück damit ja ich kann ja gar nicht ja da haben für festen ich soll nicht was damit bei den zusätzlichen schaden wenn ich das mache ich glaube ja da fahre ich mich aber irgendwie gewollt ist ja das so lange dauert wenn wir dazu kurz ist es ja auch langweilig naja aber sagt wenn wir da und wie die länger als sie eigentlich sein sollten und schon fast zu bauen ein bisschen auf meiner hat sie definitiv mehr einfach spiel gott also in letzter sekunde ja ja jetzt kommt so bitte die gang treffen ist klar da geht alles dagegen nach meiner blutlos ist noch nicht gestellt das war den die einsetzungen gegen euch sehr schön nützlich super viele gegner aber ich finde ich habe schon genug massenvernichtungsangriffe vielleicht welche lange wieder verlieren keine ahnung diese eine heilung kann ich ja auch hier durch mich tor galli aber daheim diese regenerierbare heilung und da war nicht aus einem dauert angriff so lange irgendwie ist er wieder fertig ist macht das nicht gerade sehr entscheidend habe ich noch ganz so geachtet ich muss ja mal einsetzen mir aber nicht irgendwie war nicht der gegner mir am boden legen und ich so zusätzlichen schaden mache aber ich mache in der regel ob ich irgendwie so wenn ich zu 8000 schaden immer so in diesem momenten denn ja dann sind schoko boss kann ich anfangen ja das lassen die goldene sachen also hat sie irgendwie wichtig auswahrt die erzählte lassen und schweinig damit ja so goldene sachen soweit nach vorne leute war ruhigen sage ich meiner habe ich schon so ein bisschen gewünscht hat wenn ich irgendwie produkt halte wenn ich hier irgendwie gar oder aktiviert habe das mache ich auch nicht so eine windklinge die einsätze die sieben müssen alles aus gobel münze da ist noch materialien da ist eine spiele wo die station ziemlich langweilig sind wenn man nur so findest du keine truhe oder die magende geile waffe oder so finden wissen naja ich habe die chokowurst losgehen ja es geht naja wenn gehst du ja ich kann ja auch losgehen okay leute sind wilde schoko baus was ein etwas blutiger ist als wir zu einem pferd irgendwie draußen in der wildnis verkloppen das war doch noch mal bühne ich habe wieder meine meiner meiner nach vielleicht jetzt zurück wie kannst du das wagen von hier weg zu sagen da unten ist wieder ein anderes gebiet ich nehme an da kommen irgendwann hin aber immer trotzdem schon mal in rom und ehre erfahrungspunkte geld materialien und schock aus hey schock aus die schokolade schmecken ich gehe gar nicht freiwillig auf die los lauf weder was hat denn ein super schokobobob bist du hin ich vermisse diese 100 geilste was fein 13 2 jemals hervorgebracht habe an diese papageiparten denn schoko bus die ist mal wenn du auf die geritten dass irgendwie so ein heavy metal thema vom choco thema weil die sind alle den meisten teilen zu spielen klingen die relativ ähnlich die die chocobo themas weil sie 13 und 13 2 wenn man auf normalen schokobo gritten hat haben die irgendwie vollkommen anderen song da fand ich eine der vielen gründe warum da kommt eine fans die 13 2 und zu den wiesen in diesen fakten ich glaube die meisten diesen wortwörtlich verrückte chocoboos und irgendwie war nicht man übel zu bild und weil mich an voll den dach schaden wenn auf einen von diesen fischern aufgelandet wissen also ein heavy metal thema vom chocobo thema das war ich voll geil fand dann gehe ich im internet die auf youtube suchen wir den dann gehe ich auf youtube um ihr lied anzuhören und zu gucken weil andere leute darüber denken und damals gab es noch eine dislike bahne und ja weil ich über die hälfte der leute haben das like unter diesem video gebracht ich denke mir so ja natürlich dass wir ein mini bm war schon wieder einen dieser momente nehme ich mir sicher war dass ich irgendwie voll durchblick hat da kommt das internet und beweist mir jetzt schon wieder anders ich fand da war wo werde ich das einzige gute an dem spiel ich denke mir doch aber nicht im internet jeder dann teilen bestimmt andere leute auch meine meinung jeder hat jeder hat dieses lied gehasst damals voll zum kotzen nicht hatte jetzt mal so einen dieser momente wo die allerdings war bis bist dujenige der ja kein geschmack hat oder es war wirklich die andere der rest der welt diejenigen die keinen geschmack hatten weil kann ja unmöglich sein hat irgendwie tausende von leuten alle falsch liegen also kann er durch falsch liegen da kommt mich an gleich hatte ich auch mit damals hier ich war ja früher ein riesiger fan vom power ranger ich bin ja ich bin schon lange raus mit der serien ich habe die ersten staffeln geguckt damals als kind aber ich kenne die intros von anderen von allen den power rangers von den ganzen power in das sonst irgendwann habe ich da bin ich dann über power in das samurai gestolpert und die hatten irgendwie wir hatten irgendwie ein remix von dem originalen power ranger lieben also go 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 ranger aber wort hat sich irgendwie so klang wirklich wie so eine remixed version von von dem ersten paar in das thema das jeder kennt und ich bin zum allerersten mal über dieses intro gesteuert hat mir gedacht war ich da voll geil weil ich war in der meinung das erste intro immer noch das beste war eines der besten jedenfalls ich habe gedacht ja das klingt ja voll geil ich frage mich mal andere fans der serie darüber denken damit habe ich da nicht auf youtube nachgeguckt dass die schaden ja ich glaube schon ja dann habe ich das lied online nachguckt auf youtube ne und jeder hat sich dauer beschwert ne oh mein gott die gruppe die haben alle hat erste intro kopiert die haben überhaupt keine keinen plan mehr macht irgendwie für lieder machen sollen deswegen kopieren die einfach das erste intro voll schlecht ich komme ja nicht so ja natürlich natürlich lag ich schon wieder falsch ich bin der einzig ich bin die einzige version die schon wieder falsch liegt kann ich sein hat irgendwie millionen tausende von leuten irgendwie ja alle falsch liegen ich muss falsch liegen und da kommt es mich schon wieder an ich habe jetzt wenn ich solche momente habe gesagt ich bin voll mit vd da draußen aber ich war ein riesen fan damals als kind und ich fand das eine der serien irgendwie remix vom original hatten aber nein jeder andere von der kacke da kann ich kann ja nicht sein dass ich die einzige person auf diesem planeten bin irgendwie geschmack hat so im vergleich zu tausende anderen leuten da draußen also muss derjenige sein der krankgeschmack ich hasse in sonne ich hasse das sind so eine position zu sein das kotzt mich voll an so ich wollte irgendwas hier hoch level und da wollte ich eine neue fähigkeit lernen ich finde diese eine fähigkeit nicht so gut wo irgendwie so in die luft gehen wenn er angefangen die luft 30 aber alle gehen rechnen mit hinauf ich will mal hier lernen ich habe noch gar nicht diese fähigkeit gelernt doch habe ich mich wohl ein satz rückwärts und stimme gleich darauf kontertacke nach vorne das auch wieder so haben wir zum gimmick verbunden ich muss damit ausweichen so den da den tue man natürlich drin lassen da habe ich da jemals irgendwie abtreiben kann irgendwie ich werde es versuchen ja für ich werde jetzt durch diese fähigkeit ausgerüstet habe mehr schaden nehmen als dass ich ausrichte da weiter geht es jetzt gehen wir daran hatte ich ja schon alles so erkundet ja ne war ein paar schokobostes kloster ich frage mich was uns dort erwartet das ist ein klo arachne und jetzt wird es stark angriffen meine herr ich hatte spinn die spinnen die spinnen naja bin ich nicht cool bist du schon ich mich verliebt ok schatz und die blenden aber so ein bisschen in der ganzen gegend hier so ein gräber hätte gewesen ist nicht auf dem glatten hügel irgendwie ja so packen können ich glaube ich glaube so gräber auf den fügel sind eigentlich eine ding naja hinst du da mit mir aber wird man alleine dann finde ich schon nervig ich möchte nicht noch finster sein ok so da habe ich noch ein paar schokobost gesehen hier sehe ich auch noch was ja sagt wird angefertigt wir einsetzen haben irgendwie weil nicht schaden zu machen ok oder hat sich definitiv irgendwie schon als guter kandidat gemacht irgendwie die ultimate hier ja auch so eine teure fähigkeit hier zu holen da bist du groß naja ja ich bin da phoenix ja das ist schon stark im halbe weg werde ich wohl nicht viel irgendwie bekommen habe ich doch aber okay es macht alles in meine reichweite und wir kalt auftrags ziel in der nähe sie haben ihr ziel erreicht seid gegrüßt das kloster ist leider nicht für persönliches gebet geöffnet geht mit wiegur wir kommen mit einer spende von martin verstehe dann folgt mir bitte ich will nicht sterben das licht es flackert lasst mich dichter leiden ich bin hier wer sind diese menschen martas träger sie vertraute sie meiner obhut an damit ich ihre leiden lindern möge so weit mir dies möglich ist sie alle haben nicht mehr lang hände rizna schon tote es ist der fluch irgendwann ereilt er alle träger deren gabemann ausbeutet mit jedem quäntchen äther erstarren ihre körper bis nur noch stein und schmerz bleiben und man sich ihrer entledigt weder martha noch ich vermögen es ach verdammt da wird sowas von am ende spiels mit uns passieren wir können ihnen lediglich dabei helfen die qualen des todes irgendwie zu ertragen schreite nun mit zuversicht in eine bessere welt wo du das glück finden wirst das dir hier verwehrt blieb danke vater ich danke euch für marthas spende darin ist mehr von ihrer medizin sie schenkt den trägern ein wenig frieden vor dem tod das nächste mal sieht dann sagt ihr bitte dass noch zwei vergangen sind gehen wir zurück zu marthas rast gehen wir zurück zu marthas rast gehen wir zurück zu marthas rast positivität danke dass sie uns die medizin gebracht habe ich doch gerne für irgendwas zum ausbeuten hier ist noch nicht mal drin ja total da kann man denn da reingehen wenn da noch nicht mal ist man betrug wenn meine medizin zurück hat hat bei ätherische asche es hat die asche von den leuten hier oder was hat wir haben ja stattgefühl ich bin nicht der richtige um die story dieses spiels auf wir nehmen eine kleine abkürzung mal fahrst du noch irgendwelche anderen bunten fröhlichen aufgaben für uns wie darf ich mir jetzt hier forscht wir kommen mit einer nachricht für dich zwei weitere sind vergangen verstehe kommt mit nach oben nun wisst ihr bescheid im krieg habe ich viele träger sterben sehen doch niemals so und alles nur weil sie anders geboren wurden ihre besondere gabel kann man ihnen nicht entreißen also begnügt man sich stattdessen mit ihrer menschlichkeit eine mitgabe es ist ja nicht so als hätte niemand mitleid mit ihnen doch solange wir nur im verborgenen tränen für jene vergießen deren geschundene und blutende schuld an uns tragen ändern wir nichts also unterstützt du sit und seine leute ja ich helfe wo ich kann mit dem gel die der laden hier abwirft kaufe ich träger frei aber man muss ja nicht unbedingt sterben gesprochen einige träger waren ja auch schon älter ne dem gesetz nach ich nehme mich derer an für die es keine Ordnung mehr gibt und alle anderen sind leider ohnehin unbezahlbar für mich doch genug der traurigen Worte bernard ist fertig mit der brücke und der weg nach eastpool ist frei schließlich seid ihr auf der suche nach antworten ich hoffe ihr findet sie danke martha das hätte ich fast vergessen sieht und ich haben noch mehr freunde in rosaria hiermit geben sie sich euch zu erkennen sie gehalten doch sind schlimmer den schokobotverband steht euch jederzeit offen cool dann geht aber du hattest recht set sie sind es wirklich lord ross field und lady warrex sind zurückgekehrt lang mögen sie bleiben alles klar merkt mehr skill punkte mehr blutige haut merkel käfer merkel käfer getrunkte blutige haut sah dann müssen wir wieder runter aus 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 wo kommst du denn her bist du verletzt die hand tut es leider nicht mehr wie früher das ist nicht nein er versteift wir haben uns gerade vorgestellt fluch und auszeichen aber es hat kein träger langen dienstjahre was wir hatten auswerten zum symbol unter seinem bad vielleicht bekommt er ja trotzdem die krankheit keine ahnung ich war mir ganz davor gestellt wenn ich irgendjemand daran erleidet leider nicht danke für alles ich werde euch hübschen nicht aufhalten und solange ihr mir nicht in die quere kommen wollt wünsche ich euch das beste ich konnte mal eine frau sie war gejagt vom schicksal so wie du ich wollte sie retten ich dachte ich könnte ihr helfen aber nur etwas zu wollen reicht leider nicht seht ich bin kein held nur ein eingebildeter narr ich schwinge große reden über die zukunft aber so richtig zuhören wollten mir noch nicht viele und wenn sich niemand für deinen scheiß interessiert sollte man vielleicht den mund halten aber clive merkt dir eins du bist kein monster du bist derselbe wie vorher glaub daran dann entkommst du deinem schicksal schicksal hör zu du hast es schwer gehabt und es wird nicht einfacher werden vielleicht wirst du niemandem helfen können aber zumindest dich selbst kannst du noch retten ich versuch's ich versuch's und chill war leider ein kurzes vergnügen pass gut auf den schlingel hier auf ja ja werde ich war das alles ja dann sollten wir zurück die alte wartet sich auf uns man sieht sich ich bin mir zählt sich an dem werden wir bestimmt noch sehen wir wollen ja noch rabo außer jemand anders cloud rahmen und wir müssen dann haben aus denen ausprügeln die brücke nach eastpool wurde repariert neuer auftrag neuer aufträge reise nach eastpool der war da muss ich sogar hin ich hatte gehofft ich könnte noch etwas faulen weil es wieder einige sachen zu erledigen so lass mich rein du hast eine quest über schokoburst wo die kaiserlichen ist und geht keine zeit ich du bist greif nicht wahr hat mir viel von dir erzählt das heißt du seist geschickt mit der klinge du scheinst es eilig zu haben wohin des wegs hoffentlich nicht weit aber jeder moment den ich hier vertrödle könnte jemandem das leben kosten klingt ernst was ist los es geht darum was passieren könnte sie haben gemerkt dass er ein träger ist und nun will einer seiner früheren freunde und nachbarn ihn in ketten legen lassen wo ist dieser träger er war nicht so dumm auf die kaiserlichen zu warten der arme kerl ist abgehauen und hat sein ganzes leben hier aufgegeben aber sie werden ihn bald verfolgen ich muss ihn finden und ihn verstecken und zwar schnell wenn du die zeit der übrigen kannst wenn wir deine hilfe willkommen kannst du mir helfen ihn zu suchen aber klar doch natürlich wir träger dürfen einander nicht im stich lassen danke clive mit deiner hilfe finden wir ihn bestimmt er heißt norris wir müssen ihn finden und zu martha bringen bevor die kaiserlichen ihn kriegen hast du ihn schon? du wirst den bastard nicht erwischen wenn du hier rumstehst und quatschst diese elende schlange hat mich getäuscht hat getan als wäre er einer von uns dabei gehört er zu denen wir müssen ihn fangen und den kaiserlichen ausliefern der strick ist zu gut für ihn nun wird's bald wenn er entkommt landet dein kopf in der schlinge ich bin neuer böse mich für diesen abend wir wollten grad los sieh doch ich habe einen helfer ich habe ihm alles erklärt du willst träger mit trägern fangen oder was das glaubst du doch selbst nicht mir reicht's ich finde den kerl alleine warte doch da draußen ist es gefährlich wir wollen nicht dass dir etwas zustößt nein das war ja furchtbar du kannst doch deshalb keinen träger schicken gleich sagt er etwas tragistisch ich komme sobald ich ronald beruhigt habe jemand will norris am gefallenen tor gesehen die trage ist würde ich am besten dort um ob jemand etwas weiß wir müssen ihn finden er darf uns nicht durch die lappen gehen zwänker zwänker ich finde diesen neues besser bevor ronald das selbst in die hand nimmt so da unten und darunter ziemlich einfach zu erkennen was hat er wohl damit gemeint dass er getäuscht wurde er bestimmt haare alle träger haben haare na was mit dir du bist doch dieser träger der für martha arbeitet oder hilfst du mir eben blöd wie ich bin ist mir mein kristall aus der hand gerutscht und in den verdammten sumpf gefallen und weil ich nicht so eine gabe wie du besitze kann ich ohne den splitter meine fische auf dem weg zum markt nicht kühlen du schaffst es bestimmt schneller ihn zurück zu holen als ich ich weiß was ich kann nichts versprechen verspricht nur zu suchen ach ich habe vergessen etwas über den kristall zu erwähnen ein wildes tier könnte ihn verschluckt haben sagt los könnte wohlgemerkt ich könnte es nicht genau sehen aber da unten sind so viele sumpfkrabben die haben sich alle drauf gestürzt klingt als müsste ich ein paar schalen knacken ich bin mir sicher dass du das souverän meistern wirst einfach die leiter hier runter ja viel glück was ich aber dann als erstes wo die eine kürze sagt hier oben jetzt sagt man nicht dass hier oben eins ist hier oben eins ist da unten du kennst nicht zufällig einen norris oder doch kenne ich ist vor kurzem in diese richtung gelaufen sah aus als hätte er es sehr eilig er hatte eine laterne dabei warum auch immer eigentlich ist er keiner der im dunkeln noch draußen bleibt dann ist er also in die süpfe gegangen alles klar danke aber diese tage muss man damit rechnen meins das ist doch ein er kann nicht weit sein ich höre auf dass die ganze zeit zu fragen hätte er verhalten oder ein item gesehen ich weiß gar nicht ob da irgendwie einzigartige items sind und ob die wie sporn oder so bin ich da schon mal gewesen ziemlich sicher ich war da schon mal wenn man die beiden quest noch näher und dann bei stadt machen wir jetzt mal die sehr weiter ich bin jetzt sicher die sachen respawn ein laterne eine laterne die muss von norris sein kein zweifel wenigstens weiß ich jetzt die richtung das hat sie abgemetzelt ich frage mich ob das nur es war neues ja was geht ich weiß dass du neues voll bedrohlich hinterlegt mich in ruhe du trägst kein mal deshalb konntest du also alle täuschen ronald hat dich geschickt oder hetzt einen blut und auf seinen besten freund ich dachte wir ständen uns nahe dann habe ich in seiner hasserfüllten augen geblickt doch das ist jetzt alles egal sie waren gefüllt mit dem feier des ewigen hasses von einem träger zum anderen mischte ich nicht ein du weißt wie sie uns behandeln mir ist dort mal dann kann man schicken nicht sondern einer von marthas männern er wurde noch nicht gekennzeichnet ich verstehe nicht martin im träger bei sich auf sie ist auf unserer seite du kannst dir vertrauen glaubt mir wer hätte das gedacht aber es überrascht mich nicht sie hat ein gutes herz warte hier und bleib außer sicht weiter du bist bald unter freunden danke dafür dass du das für mich tust und verzeih was ich gesagt habe du bist kein blut und weit davon entfernt ich wurde schon schlimmer beschimpft ich habe vorhin eine laterne gefunden ich war mal gucken ob was passiert das ist dann danke ich habe sie verloren wenn ich ehrlich bin war ich irgendwie froh sie los zu sein hatte sie mir gegeben gut ich werde sie behalten vielleicht kann ich damit die suche der kaiserlichen beenden bevor sie beginnt ich brauche nur noch ein kopf als beweis so lange frei zu leben und dann von einem freund verraten zu werden furchtbar ich trage schlechter und schädig hier gehört das ist so oben rechts hätten sie ruhig noch irgendwie so eine karte irgendwie so einfach und kann jetzt mal ganz ehrlich extra für mich schnell jetzt ganz schön nervig immer wieder wie karte aufzumachen ich bin so eine persönliche studie alle paar sekunden auf ja naja ja viel aus oder auch nicht das was ja ja nachher wache das muss ja sein länger als nötig werde ich nicht hier unten bleiben wieso nicht erfahrung kommen wir da sprich mit war das rast in bartes rast mit klar aber ich muss beide hier der ganze ort heißt so ne der bar vertrag du bist ja schon zurück gleich wie läuft die suche sag schon träger hast du den bastard erwischt nur was von ihm übrig war ein von bestien zerfetzter leichnam und das hier zeig das mal her nein das kann nicht sein können wir den fall als abgeschlossen betrachten oder willst du die leiche sehen nein ich meine was soll ich mit den überresten er ist tot ende der geschichte ich wünschte nur dass diejenigen die seine veranlagung entdecken sollten ihre pflicht getan hätten einen träger ohne einmal rumlaufen zu lassen wo kommen wir denn dahin was sollen denn jetzt die leute von mir denken da kommt der trägerfreund wird heißen mein ruf ist ruiniert wenn es gut hat die hände die nervigste stimme aller zeiten gegeben ist morris wirklich er lebt du findest ihn in einer hütte in den sümpfen er wartet dort auf dich du bist ja mit allen wassern gewaschen du hast das richtige getan danke es ist nicht viel aber bitte nimm das der 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 die mehrdings bekommen als erfahrungsmitte so eine eisennatelle also ja ja und dann eher hier schmutzige zahl du hast mich gerettet noch länger ohne kühlung und man hätte meine fische von hier bis zum markt gerochen hast in zukunft besser auf das werde ich auf wenn ich den fang nicht in die stadt kriege früher hat man als ehrlicher steuerzahler jederzeit neue kristalle bekommen aber die zeiten sind lange vorbei die vorräte sind leer und wer kein kristall mehr hat für den gibt es keine hoffnung wenn ich meinen noch einmal verlieren sollte dann werfe ich meine netze in den sumpf und gebetteln ok macht 1000 geld bekommen ok sie war hier völlig in der gegend oder ist ein versteck irgendwie was neues an ob man kann sich eine markierung setzen sich grad noch nicht aufgefallen so ja da ist noch jetzt habe ich irgendwie reingewörter zu auftun ja so dass man eine kwestie auf dem weg aber da sind wir noch nicht mehr da müssen wir es machen und dann noch mal in der nächsten folge wenn man es auch mal nach eastpol na gut dann sehe ich das was heute morgen ist weiter auf dem weg nach eastpol und ja nordpol eastpol ist wohl nicht gut was auch immer ich bedanke mich als ich für zu schon und ich würde mich freuen wenn ihr ein like oder ein kommentar das wird um den kanal weiter zu helfen weil hier ist ein bisschen hilft ein bisschen und ja dann sehen wir uns in der nächsten folge da schickowski abschiedssprung ausgezeichnet